Auf jeden Fall. Wo geht's jetzt hin? Tja. Doofkuh. Ich warne dich. Ich behalte die drei anderen gut im Auge. Das kann man nicht, sich ihnen zu nähern. Ach, abwarten. Du hast mir ja richtig coole Kräfte gegeben. Das ist aber eine seltsame Art und Weise, sich zu bedanken. Aha. Du hast einen Fuchs gekillt, du blöde. Wenn du in der Kloster verwechselt hättest, hättest du die Ausmelden niemals zu sehen bekommen. Ist doch mir egal. Nur eure Taktion, die Macht der Jahre ist kein Nutzen. So, bleiben Sie zurück bitte. Dankeschön. Ist ja zum Glück so, so geht es in Gewalt freies Spiel. Nur mit so einer total kranken Tussi. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, diese Gestalt anzunehmen. Aber du bist echt erbärmlich. Was? Du bist erbärmlich. Du hättest dich nicht an diesen Fuchs binden sollen. Früher oder später hätte er dir verraten und verlassen. Bisschen, bisschen behindert eigentlich. Äh, cool. Könnte auch rumhüpfen. Ist auch ein Fan. Buff. So, können wir es vielleicht lassen. Das billige Höhle ja hier. Aber wir müssen hier unten bleiben. Okay, passt. Läuft. Du tätest gut daran, hier zu verschwinden, bevor ich meine Kräfte wieder erlange. Du hast gesehen, was ich mit dem Wald gemacht habe. Rate mal, was ich mit dir anstellen würde. Rate mal, was ich mit dir mache. Ich lasse hier einfach trocknen. Zweimal sage ich es dir nicht. Ich habe dich gewarnt. Noch einen weiteren Schritt und du wirst es bereuen. Ach ja? Komm nicht leer! Ha! Doch, doch. Ich habe dir gesagt, dass du das nicht anfassen sollst. Habe ich aber. Ich bin Fuchs. Und ich höre nicht auf dich. Das gehört mir! Gehörte. Ich korrigiere dich und ganz gehörte. Knospe, bist du es, die ich da höre? Warum versteckst du dich? Was? Du Verräter! Wie konntest du die Hüter nur ohne mein Einverständnis wecken? Knospe, antworte mir! Mit dir rede ich nicht mehr. Leg dich doch in deiner Höhle, schlafen! Lass mich jetzt in Frieden! Die brauchen sich gerade. Aber was ist denn mit ihr los? Das ist nicht ihr normaler Zustand. Ihre Stimme klingt seltsam. Du musst dringend dorthin zurückkehren, wo sie sich versteckt. In Arbeit. Was war das? Oh. Schlecht? Okay. Läuft, fliegender Baum. Ah. Verstehe. Was auch immer du getan hast, Wuchs. Anscheinend hast du einen Weg zu unseren heiligen Altären gefunden. Juhu. Aus diesen Altären beziehen die Hüter der Jahreszeiten ihre Macht. Okay. Das Erscheinen der Altäre kann nur eins bedeuten. Was? Das Heiligtum bereitet sich auf ein neues Ritual der Jahreszeiten vor. Aha. Wie kann das sein? Ein Ritual der Jahreszeiten? Während ich schlummere? Ohne Knospe und ohne Hüter? Das ist doch nicht möglich. Aber ich glaube, ich beginne zu verstehen. Hör zu, Fuchs. Ich kann dir im Moment nicht alles erklären. Du siehst, in welchem Zustand sich unser Wald befindet. Deine Hilfe ist sehr wichtig für uns. Okay. Gut. Dann machen wir auf jeden Fall weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar Pacements hier durch. Da ist ja alles Tiefkühlware. So. Äh. Müssen wir jetzt wieder ins Gebiet darüber. Hüpfe die. Äh. Das war schon nicht gewollt. Okay. Das bringt ja eh nicht, wenn ich hier hochhüpfe. Das haben wir ja schon. Ja. Was ist rausgefunden? War mal da oben jetzt schon? Ja. Ich glaube, da oben war mal. Bisschen runter, ne? Da waren wir jetzt noch nicht. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich geb's zu. Teich. Ja, beim Teich waren wir jetzt noch nicht. Das ist richtig. Ja, genau. Hier waren wir noch nicht. Also, wieder noch nicht. Also, jetzt dachte ich mal, die, äh, Jahrezeit lang haben, waren wir da noch nicht. Das fehlt uns nämlich noch. Dead, 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 dead. Rette den Fuchs. Dead, 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 dead. Fuchs, 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 Fuchs. Ich find's aber cool, wie das gemacht ist, Alter. Das ist echt mega. Also, ich bin fasziniert, weil ich bin gespannt eigentlich, was, was da zum Schluss jetzt rauskommt. Deswegen, ich, äh, verfolge eigentlich gerade die Geschichte hier, unsere Story. Echt mit großer, großer Spannung. Das wird immer besser gerade. Ich dachte so, hö, ja, YOLO, ne, wö, wö. Aber, ne, 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 du, die hat's echt in sich. Plum, plum, plum. Oder warte mal. Halt. Ne, ich glaub, ist im Grunde falsch. Oder? Ne. Doch. Eigentlich schon. Warte mal, ich kann noch kurz noch gucken, was wir hinten vielleicht finden. Ob sich da eventuell schon was getan hat. Bloing. Oder auch nicht. Schlammloch. Ja, da haben wir alle. Ich glaub, ich glaub, jetzt grad für umsonsten lang, aber könnte sein, wir finden ja doch was. So, jetzt wird der Burina wieder abgestürzt. Ach so. Müssen wir hier lang. Hier rüber. Hier runter. Ja, ja, ne, ne, das scheint nix zu bringen jetzt gerade. Weil, doch, da kommen wir hoch. Aber es ist das falsche Gebiet, müssen wir jetzt... Ja, ja. Ne, das war... Okay, der Weg war von sonst. Kennt ihr das Buch? Ist mega, hab ich geschrieben. Wird bald verfüllen mit mir selbst in der Hauptrolle. Warte mal, das hab ich Herbst machen, dann kommen wir da hochgeblasen, ne? Aber da waren wir ja schon. Ja, ja, das haben wir aktiviert. Stimmt, es hat auch angezeigt, dass wir alles haben. Wie gesagt, sind wir da rüber. Ach so, jetzt wird mein Schneeball weg. Äh, super, Boogie, du Depp. Hast den Schneeball weggeschmolzen, du Honk. Äh, hi, Quatsch, wir brauchen Herbst. Bitte, danke. Ich hab den Schneeball weggeschossen. Verdammt. Schöne Schneeball. Brauchen wir Winter. Wir müssen das Buggy warten, bis das Ding sie aufgeladen hat hier. Flup. Einer kann den Buggy gleich draufhüpfen. Und juhu. Floing. Hopp, mach Feuer. Mach flup. Flum. Parallel gelandet. Sind wir nicht schön. Okay, okay, okay. Ah, da warten wir es ja. Ah, genau so, glaube ich, eine Wohnung gepflanzt hatten. Kann das sein? Einer von denen. Boah. Es guckt mir das Auge. Was ist denn hier los? Okay. Teich fehlen uns zwei Stück. Kann ich schier nicht glauben. Kann ich schier nicht glauben. Äh, erstmal Sommer. Dann wird es nicht höher. Oder war hier Sommer? Oder ist Frühling? Nee, Frühling geht es höher. Oder machen wir Winter? Nee, also da ist schon mal keins. Okay. Sommer. Dann schmilzt es und sinkt. Und Winter. Und dann kann man draufhüpfen. Flum. Okay, wir sind auch kurz und im Herbst ist es dann so mittel. Hm. Ich überlege. Aber da ist nix. Hm. Wo sollen die hier sein? halt warten. Nein, das war jetzt ein Fehler. Also jetzt nicht gewollt. Hier fehlen auf jeden Fall noch zwei oder drei waren es, ne? Wo sollen die denn sein, Mann? Ich glaube, hier kommen wir ja später hin. Ich glaube, an den kommen wir ja später auch erst ran. Genau wie das eine. Was sind es da noch fehlt? Drüben. Ganz weit drüben. Ja, ja, ja. Weil das haben wir natürlich... Ah ja, zwei Stück Hammer, drei fehlen, genau. Boah. Keine Ahnung. Müssen wir später gucken, auf jeden Fall. Da ist man jetzt, glaube ich, noch nicht reif dafür, um die zu finden. Das war jetzt mal beim Heiligtum wieder. Jetzt kommen wir nicht hier hoch, hier rüber. Da wewe, da wewe. So, das können wir da nicht. Warte mal, nee. Nicht zum Heiligtum. Ach so, wahrscheinlich gehört es mal jetzt abends laufen wir hier rüber. und dann sind wir wieder bei dem anderen Teil. Oder müssen wir hier hoch hüpfen? Ah doch, klar. Ich habe immer noch was im Auge. Sorry, kurz, bitte. Tut mir leid. Aber es ist leicht nervig. So. So. Ja, nee. Da hoch müssen wir mal. Mann, was ist denn jetzt los? So. Äh. Kletter, kletter. Geht wieder. Und hüpf. Und hüpf. Wo ist eine Baumwurzelt? Was ist da hinten? Nee, das war auch nicht. Okay. Dann müssen wir jetzt da hoch und da hoch und da hoch und hüpf. Uiuiui. Uiuiui. Und alle. Ui, das war aber knapp. Oh, tschi, tschi, tschi. Mein kleiner Wuffi. Mein kleiner Fuxi. Voll fair lieber gewesen, Mann. So eine blöde Kuh, du. Bergheim, da haben wir alles. Ja, komm aber nur nicht rüber. Ja, ja, das bringt uns herzlich wenig, wenn das jetzt ballert. So war das hier. Halt, 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 halt. Mach du das mal für ein Tier, ne? Deswegen soll sie jetzt nicht ausfahren. Kannst du gleich mal knicken. Hopp, roll dich aus. Kusch, kusch. Dankeschön. Nee, okay. Das war's schon mal da drüben nicht. Hm, das heißt suchen. Wo war das Teil? Nee, da war's auch nicht. Ich hoffe, ich kann wieder da hin, wo wir waren, ne? Ja, ich weiß nicht, wenn wir uns da reingehen. Halt, jetzt aktiviert. Ach, das ist was ewig, was uns da weit drüber geschoben hatte, ne? Am Rundsitz zugesehen hat nix. Ich check's grad noch nicht ganz. Verzeiht. So, kurz tiefkühlen. Ja, dann müssen wir jetzt da hoch. Nehmlich, mach Sommer. Ach nee, saugst du das Wasserhut ab, ne? So, die Sache. Ah, super. Nee, nach rechts konnte... Nee, nach rechts war der Weg falsch gewesen. So. Wo war das denn zum Henker? Also zum Fuchs nochmal, meine ich. Genau, Alter, sind wir ja runtergekommen, aber ganz überflutet. Okay. Ich steig grad voll aus. Merkt ihr das ein bisschen? Wart mal, ne, das bringt uns jetzt nix. Aber wart mal doch, klar. Logisch halt, warten wir uns auf den Baum da hoch, um auf die Pflänze wieder springen zu können. So. Na, naja, das war jetzt nix. Oh, tsch, 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 tsch. Und hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Und... Ach man, Fuchsie. Korrigier mich nicht immer beim Steuern. Ich weiß, ich bin ja immer der Beste. Aber tu's einfach. Dankeschön. Die Musik ist grad laut, aber schön. Lein zweigeteilter Meinung, ne? War das so? Ne, das war so. So, jetzt will überfluten wir das erstmal wieder hier kurz. Jetzt komm ich hier nicht mehr lang. Bin jetzt doof. Ja, ich glaub schon. Jetzt komm aber da hoch, glaub ich, im Gegenzug. Na, das ist ja... Ah, gut, okay. Hätte ich gleich da lang gehen können. Wär aufs gleiche hinaus gekommen. Verdammt mich. Wär nur kürzer gewesen. So. Hallo. Gut, jetzt sind wir bei dir. Das passt. Ach so, äh, ja. Hätte weiter springen müssen. Das gleiche. Wie letztes Mal. Sorry. Okay. Hab ich auf der Wegstimme letztes Mal laufen? Nicht, wenn ich... Ja, aber es gibt ja in dem Gebiet ja nur diese Bäume. Na? So, das jetzt wieder. Das muss man eigentlich wieder runter. Wo ist denn dieser Baum zu eins? Also, das muss ich leicht kritisieren. Das ist jetzt nicht verwirrend. Da, ich gesagt, da war ich ja da. Das bringt mir eine herzlich wenig. So, jetzt gehen wir hier lang. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Laubwerk fehlt eine Pflanze. Ein Beet. Ja, ja, ja. Ja, ja. Müssen wir hier durchlaufen? Ist jetzt zumindest meine... Wäre das eigentlich logische. Meiner Meinung nach. So, nur kurz warten, dass er wieder hochfährt. Der Aufzug. So. Weiter geht's. Gipfel fehlen vier. Ja, ja. Das ist okay. Ja, hier war's. Okay. Nee, das war falsch. Mach mal das Symbol. Ah, okay. Noch kurz einbellen. Gut. Ah, ist echt mega schön gemacht von den Entwicklern. Chapeau. Ach so. Nein, 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 nein. Wartbaum nehme ich mit. Nehme ich mit. Bin mit Fahrer. Bin ganz brav auch. Äh. So. Finde ich, ist aber echt geil gemacht. Flipp. Das ist... Das hier. Herbst. Okay, dann würde der nächste Absprung hier drüben sein, wenn man sich da lang bewegt. Geiler Käse, du. Richtig geil gemacht auf dem Level-Design hier. Mega mäßig. So, das war wieder Herbst. Äh, Frühling. Regnet ja immer. So, wir kommen hier drauf. Mhm. Das mache ich alles liebend gerne für Fuchsie. Warte mal. Äh. Dann können wir das hier aktivieren. Floppen. Mhm. Okay. Oh, ist ein Käfertier. Was muss denn da rein? Okay, check. Warte, ich bin wieder da. Kannst weiter fliegen. Halt, 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 halt. Ne, 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 ne. Du fliegst. Lass mich los. Ich will mich festhalten. Wartet weiter. Ich hab bestimmt... Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ja, 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 ja. Schön kapiert. Schön kapiert. Spiel, ja, ja. Weil es mich in Ehre führen. Dachtest du, aber ich seh das nicht. Ich seh aber sowas.